und weiter kraften und fertig machen wenn du es ja meinen müsst ihr lava zu klauen Maka, kommt, stirb Maka was, hier ist voll die kleine Hitbox oh hier ist ein Pferd ist wie am besten tötest wenn du cheatest man braucht es doch netherworld dust auch ne? so ist das klar dann macht halt ein bisschen netherworld dust ja, da haben einfach Regeneration, ey ohne die Söhne einfach nicht ja, warum wohl? ja eigentlich muss ich da noch n' selber reinhauen ah, shit mir leckt das grad ganz schön ja, das leckt gleich black boah, black black alter black alter black übertreib mal nicht ich geh grad einfach nur ja, wenn da erstmal n' bisschen die Welt dann kann ich nämlich abbauen hier in Ruhe das ist komisch bei Server, ne? ja, ja das ist wirklich da braucht nur einer irgendwo hin das ist ein schlägt 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 ich geh grad zurück ich hab auch geguckt ich hab auch geguckt wo kommt es sonst nicht so anders her also sowas machen ganz extrem auf die Bienen jetzt zu gehen wofür? immer weil's immer weil's achso das hast du auch manchmal wenn du's gar nicht leckst und du greif mich nicht an wenn's gar nicht da ist dann kotze ich noch mehr mhm einfach nur weil ich 16 Dias ausgegeben hab yay ach stimmt kann ich 18 ach ja ich wollte euch einen auch geben aber ihr habt ja alle Energie was denn? so nen Generator wir haben doch schon so Energie ja aber das ist so geiler damit brauchst ja gar nicht mal Computer brauchst ja nur wegen irgendein Handy nö oh meins diesmal wahrscheinlich hä? hat's jetzt voll gemacht oder was wieder? hm? die voll oder leer? voll ja voll guck was ich da hinten hab hier da tank in der tank irgendwann wird die Endart kacke auch leer sein ja das ist aber auch nur für die Cori ich hab nicht Schluss gefunden also dann wandert der Platz neben der die auch immer also wird das schon lange bevor sein aber bis dahin haben wir die anderen Sachen auch ja ich werd jetzt unten äh jetzt hab ich kein Glas mehr oh wir haben noch nicht mal eine Wüste in der näher oder? haben wir schon irgendwann eine gefunden? ja kommen wir ja aber wie kann ich denn die Map aufrufen? nix jo hm aber wo ist denn die Wüste? keine Ahnung ähm wenn du beim uns beim äh baum hinten durch fliegst also so schreck rechts hinten durch äh wenn du beim beim brennenden baum bin ja schreck hinten rechts hinterm baum dann die Richtung äh ach ich konnte es nicht mehr abhalten wofür braucht man eigentlich quatzt das? keine Ahnung irgendwo haben wir das Gewirr gebraucht weiß ich auch jetzt aber nicht aus dem Wasser den Sand ne? ich brauch jetzt einfach eine fette Wüste ja ich hab eine Wüste bei mir ja ich hab eine Wüste bei mir und da sagst du schräg rechts hinten raus oh die Strömung sind gleich rum ne? ja ja ich will ein bisschen oh da ist das da ist das da ist Wüste Wüste da mach ich mir am besten gleich ein Y-Point oh äh Minus? ja Y-Points New Y-Point Wüste nein trockene Uschi ach ich schreib mal Wüste hin sonst ist das ein bisschen ich mach einfach alles aus immer ne? hm? ich übertreibs auch wenn ich wenn ich eine falsche Tasse drücke dann drücke ich eigentlich gleich alle falsch damit ich gar nicht erst reden kann und gar nicht die euch hören kann so schlecht ey ich wollte eigentlich trockener feuchter Raum hinschreiben bei Wüste aber okay ja ich baue grad Sand ab weil ich so geil bin aha leck hm ich glaub ich baue einfach zu viel Sand grad ab machst du da kommst du grad äh Schafen von Bergen runter Schafen von Bergen ja da ist ein Schafenberg gewesen und ich schubst das einfach mal runter na Böser Junge aber witzig ganz böse das Sand fällt auch nicht mal runter irgendwie spackt der ist ja warum äh mit einem fängt was wedding zu stocken na lä llł auchリ genug von normen unrelated habe wieder nichts zu hört jahr nicht gemacht der cast alles richtig gemacht und könnten aber nicht die patienten die zuhören richtig unnötig richtig unnötig sind das ja ist klar fängt das wieder an und andersrum muss ich wieder spritzen flieg nicht weiter es leckt hat er ja gar nicht gewusst oder jungen ich esse gerade und es kommt noch nichts aber mir auch ha 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 es tut sich was aber wirklich das leckt immer noch extrem was machst du da wieder für scheiße gar nicht ich bleib grad einfach nur stehen und baue die blätter von so bäumen ab und dann zum dritten oder vierten mal fünftemal ich glaube jetzt muss er sich gerade erst mal wieder riechen sie hätten sich die ganze wieder zurück und haben Apfel bekommen ich hab Apfel das muss er sich gerade mal wieder einkriegen ne kriegt sich gleich nicht mehr ein wird ja eh gleich wieder runtergefahren naja oh ich muss jetzt auch noch Welt aufbauen hallo Welt oh nein die Welt baut sie nie auf neiiiin wheelie Fleck gehst du gleich weiter die Welt baut sie nie auf ich kann nicht zu unserem Punkt hin ich brauch grad zu ähm form-up beimischen da ist der Server weg das hast du gut gemacht ja das ist weil du viel zu schnell fliegst dabei aaaaaaah ich bin zwei Sekunden danach nochmal geflogen ha 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 also bitte ja jetzt ist jetzt jetzt ist Wayne jetzt ist er noch on aber für eine Minute das ist das beste Ende ne das ist das beste Ende ne ja ja 46% ja siehste DPO 27 fahren runter oder vielleicht haben die auch Probleme da hinten und und feiere Destiny das kann auch sein das kann auch sein dass momentan so viel gesuchtet wird naja warum seid ihr noch drauf gegangen ich will diesen Baum aufholzen achso hast du schon beendet Warnung brauche zu lange zum kodieren 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 ja jetzt nicht mehr ja dann haben wir das hinter uns den Baum doch nicht nimm das den Scheiß bisschen größer auch noch was pumpt er denn hier ab mit dem Lubrikant um das ist wenn du Kanonasseter entkommst das ist für diese Wettbewerbs das wollte aber das hat ja nicht funktioniert okay ist ja auch nicht schlimm na gut dann würden wir sagen ne wollen wir sagen einen kleinen Moment noch Centus wieder übertreibt hier wieder ne brauch noch mal kurz selber naja Centus brauch noch ne brauchst du nur noch eine Pipe oder nicht brauchst du noch eine Pipe oder nicht ja ne ich will das aber nicht mehr wenn ich Hebel anmachen ach so da kannst du doch die Servers reinstecken ach so und dann kannst du auch einstellen mit Whitelist und alles was durchgehen soll und was nicht und auch so einstellen was nur durchgehen soll zum Beispiel habe ich das so gemacht dass der Netherweck da drüben in der Kiste landet hab ich schon gesehen sehr interessant sehr interessant deswegen sind die auch so gut sehr interessant beschissen sieht das aus ja ich weiß Kistwort das war ja immer schon promisorisch alles so noch acht Kisten fertig mal ein bisschen das dann noch brauch selber hab ich schon ja du musst da auch noch einstellen oder nicht oder da hinsetzen einsetzen einschalten Pipe Dring fertig ja ich jetzt meine Kist innerhin dumm 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 das holte dann alles raus zu den Schess rein zack Glas rein achtsamt haben wir auch noch raus so Fertikus Fertikus für heute Kuss ja damit würden wir sagen wenn wir hier die Aufnahme und bis zum nächsten Mal bei dem Minecraft Team ciao ciao tschüss tschüss tschüss